Hey, Hubex hier zu einer weiteren Folge von Lorelei. Und ja, wir sind jetzt zurück und ja, wir schauen, was jetzt passiert hier in der vielleicht letzten Folge. Was ich schon letztes Mal gesagt habe. Ich muss mich mehr hier umsehen. Ich kann hier nicht nochmal reingehen, okay. Na dann. Ich habe Angst, dass hier drin ist. Okay. Was kann ich hier draussen machen? Was kann ich anders machen? Ich kann nur zu den Lebenden zurückkehren, ne? Sonst kann ich wieder nichts machen. Ich kann zu den Lebenden zurückkehren. Ich kann aber auch. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn ich hier reingehe? Ich habe noch nichts Neues gefunden. Ne, ich muss zurück. Ich kann sie sonst nicht töten. Da drin war sonst nichts. Na dann. Was müssen wir jetzt noch so hinten erspeisen? Ich muss mich nicht verlaufen. Dasselbe. Ja. Ohne Wischanzug. Ich kann da mal reingehen. Okay. Oh. Okay. Nette Animationen. Jetzt kann ich was craften oder wie? Draufhauen, weil Spaß. Aber so viel ist jetzt sicher. Ich kann hier was holen. Oh no! Oh, Lorelei. Are we in heaven yet? This really doesn't look like heaven to me. It kind of does. From around looking. Oh, Zack. I saw you dead. You... You had a... You had a bullet hole right between your eyes. Then I guess I'm a ghost. Well, in that case. Could we haunt this place? Together? I wouldn't want it with anyone else. You are so awesome, Lorelei. I'm not. Bethany's dead. It's my fault you took her. I'm so sorry. I'm so sorry. I thought it was the cop. But you smacked me one right in the face and I went down like a sack of bricks. I know. I fell for it too. How bad is it? Well, this rod's gone right through me. If I move, my guts will probably fall out onto the floor. They're not my prettiest part, as you can imagine. So I'd rather spare you the site. I think I'll just stay here. Very still. For a little while longer. I'm sorry I got you into this mess. It's okay. No, it's not. None of this would have happened to you if I hadn't knocked on your door and asked for help. I have no regrets. For you. I'll do it a thousand times over. You know this. I could never find the courage to say it, but I love you. I've loved you from the moment I saw you, Lorelai. Two years ago. The day I moved in. You sat on the stairs with your headphones on. And you were wearing the same dress. Red and black with stripes. I knew right then. I love you too, Zach. 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 I can't let you die like this. There must be some way to save you. To save all of us. You really had died, hadn't you? You'd think I'd lost my fucking marbles if I told you. I make video games. I spent half my life learning a fantasy. Try me. Imagine for a moment that when I die, the time stops and I go to this strange other world. I'm with you. There's a monster there, deep in the tunnels. And an old woman. The Queen. She lights candles for each of us in her house. And she likes to put them out. And as their flames die, so do we. I feel that if I destroyed it, it would make everything okay again. Actually, I nearly blew it up with explosives. But sadly, nearly is as far as I got. And now I'm kind of fucked. And that's assuming that I simply haven't gone crazy in the head. So, you need a way to kill the monster, right? Wait. You actually believe me? Yeah. I mean, sure, it's all very odd. But yeah, I believe you. It's a large kind of creature, right? You can still blow it up. Best way to fight it. But with what? I'm out of bombs. Make another one. Like I know how to make a bomb. It's easy. I made plenty of them. Let me guess. In Skyrim. Don't be silly. Bombs. In Skyrim. What for? When you have fireballs. But sure. They could have bombs. Anyone can make a Molotov's cocktail. See that bottle over there? Grab it. Just fill it up with alcohol. Or gasoline. Anything that's flammable will do. There's other things you can add to make it go boom twice as much. Like saltpeter. Or the fertilizer. But I doubt you'll find it near that here. Anyway. Stick a rag in it. Light it up. And send that thing off to hell. You sure it won't just break in my hand and burn me alive? I guess that's one risk you have to take when you fight monsters in Dark Tunnels. Oh. I almost forgot about this. Take this. Something to light your Molotov. And perhaps some candles. If you find one with my name on it. This time, it's the princess that saves the hero. The bottle is broken, right? I'm going to smash the bottle. Really? Lorelai 9, oder? Why though? Give them a hole. Oh. 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 Warte. Es gibt keine Kraft. Das ist so episch, glaube ich. Was schon. Nice. Immerhin das. Ja, das stimmt. Oh, ich habe ein ungutes Gefühl, dass er hier drin sein könnte. Nee. Okay. Wo ist er denn? Ist er oben? Jep. Ob das eine gute Idee war? Okay. Gut gelaufen. Es ist noch eine andere Bottle oben. Okay. Aber... Ich werde diesmal mehr vorsichtig sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so sein würden, Mom. So. Die eine müssen wir jetzt eben abstichen, irgendwie, na? Ja. Die Frage, wo ist er? Bin ich hier auf jeden Fall. Der wird jetzt draußen sein, oder? Wie geht's denn da? Wie geht's denn da? Da muss ich jetzt draußen sein, oder? Da muss ich jetzt draußen sein. Ja. 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 Das ist ein Donuts, was? Ah, ich muss einen verdammten Drauber. Zer, was bringt mir das jetzt? Oh. Das bringt mir das. Was? Das bringt mir was. Und dann natürlich, wie geht nochmal kombinieren? Das hier mit dem hier. Craftwork ist in der Truck Bench. Nein. Okay. Nochmal zurück. In der Fall, ich schaue mal hier hervorzurufen. Ich werde schon weiter geschliffen. Will das wieder oben sein? Woh-oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Hier rein. Das Workbench. So schnell wie es geht halt noch. Workbench. Hallo. Das hier wird das machen. Tja. Nope. Die Frage ist jetzt halt... Schnell, 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 Schnell. Schnell, 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 Hoch. Was soll ich machen? Achso. Hier. Stimmt. Und hoch. Und... Äh... Nicht, dass er noch sick killt, sonst wäre doof. Also komplett reinschmeißt, weil dann ist er wirklich weg. Was muss ich hier machen? Kann ich hier... Kann ich den Kran anzünden? Kann ich den Fertilizer hier drauf tun? Kann ich den Fertilizer hier drauf tun? Oh nein. Oh nein. Wo muss ich den machen? Wenigstens ist das nicht time-based. Aber ich kann nicht hier hoch gehen. Was? Wirklicherweise war das Sack. Was? Stoppt. Wo jetzt? Hier hoch? Komm, 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 komm. Das sollte es gewesen sein, hoffentlich. Das kann er nicht ausgewichen haben. Oh shit. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist... Immerhin... Oh Gott. Schauen wir mal. Das ist meine Wahl. Können wir wieder im Kreise kommen? Okay. Oh. Oh. Natürlich. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Okay. Das war nur die Puppe, oder? Okay. 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 Ich kann doch nicht irgendeine Luft holen. Okay, wir müssen das noch machen. Wir müssen das noch machen. Wir müssen das noch machen. 666666. Kennen Sie? Und Mom? Die Frage ist, werden Sie sich jemals daran erinnern? Na dann. Haben wir es geschafft? Oder was wird passieren? Ich habe noch immer Salpeter. Oh Gott. Ich kann nicht zurückgehen. Was mit den anderen? Ist auf jeden Fall Tag. Das ist geblieben. Die Repefene. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ach so, die Kerzen von Lorelei Pfeffer in den Zeck, stimmt. Stimmt. Aha. Das ist doch das gute Ende, oder? Passiert noch ins Ingen-Scheiß, bitte nicht. Wir sind hier entgangen. Dieses Mal zumindest. Chapter 7, oh nein. Awake. Okay. Was passiert jetzt noch? Es geht weiter. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Ich würde mich mal das so verblaschen. Natürlich. 1-2-Hell-Road. Natürlich. Warum denn nicht? Oh Gott. Was passiert hier? Das ist die Frage. Woher sind wir jetzt? Da ist ein Key. Den brauchen wir schon mal. Okay, da ist wieder ein Fernseher mit Material, das ich vielleicht nicht so zeigen darf. Mal gucken. Coins. Oh, ja, stimmt. Oh, ja, stimmt. Jimmy! Wake up, mate! That's not gonna work. What the fuck, Jimmy? What the fuck, Jimmy? Maybe I should splash some water on Jimmys face. Yes. Would that wake him up? Kann ich einen Fertilizer ins Gesicht werfen, bitte? That's not it. Gott sei Dank habe ich nicht auf Jimmy vergessen. Aber ich kann das machen. Der Bäcker geht noch immer ab. Ich weiß, nervt. Aber ich glaube, ich werde diese Folge nicht beenden, weil ich glaube, wir sind wie gesagt am Ende. Aber ja. Wenn er sich nicht mehr erinnern kann, dann kann er sich nicht mehr erinnern. Also, na, Jimmy, wach mal auf. Good morning. Lorelei. It's you. You made it. I did. Wait. That's better. Am I really awake? I can pinch you if you want. No, no. I can, I can feel it. Oh. My neck is so stiff. This place stinks. We have to go. Um. You promise you won't take me anywhere horrible. Like the last time. It depends. Are you afraid of clowns? Well, who isn't? But. Are you at least coming in with me this time? Oh, you couldn't stop me if you tried. Nice. Yeah, genau. My neck is so nice. Well, that was terrifying. Told you. Totally worth it, though. I think I lost my mind there for a second. When I was a crow. I'm glad you didn't listen to me. I like to do things my way. Well. Lorelei. Thanks for waking me up. I'm sorry it took me so long to get here. I had some urgent stuff to take care of. You know, my sister and Zach. And the police. But everything suddenly just clicked. And I think I'll actually be alright. I'm happy for you, Lorelei. You've grown up. I suppose I have. Adulthood is like waking up from a long dream. There will be times you'll wish you were asleep again. But you can never go back to the same dream. No matter what you do. I'll take your word for it, Jimmy. Hey, remember that house in the dream world. The one in the fields. Do you miss it? There was an annoying talking crow in the garden. Who'd want to live with that? Oi. But it's alright. We've got a nice council flat. There's hardly no mold in it. And the neighbors aren't complete twats. It has a roof and a bed. And it's not in a dream. So, what now? Well, I'm ready to pull up my sleeves, work hard. And build a proper life for myself. Sounds kind of boring. Maybe to you. You weird dream traveling. Emo. Hey, hey, hey. Watch it. You want me to come and spy on your dreams again? Actually, I dreamt of the Silver Lake last night. Man, it shimmered like real diamonds. So, I think we've got a good end. Later, I tell Jimmy about me and Zach moving into an E-flat together. I tell him that my fears of losing Bethany to social services proved pointless. And that she'd been able to stay with us. We're a little family now. That's cool. I managed to keep my job at the Pinecroft residential home. Got you. Zach's back to his games. Keeping an eye on Bethany when I'm not there. Nice. With us looking after her, she's never going to cry again. Aww. Cutie, cutie. Can you smell it too? Something's burning. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Nice. Gut gemacht Lorelai, gut gemacht. Naja. Just before Christmas Marjorie passes away. Aww. She never spoke to me, and yet, it hurts. True. I think I would like it. Everyday life can be a drag. Work, shopping, cleaning, all the mundane routines we lock ourselves into. I can feel that with every obstacle, I'm headed towards a breakdown. And not just me. I'll show this one as good as a game. At least Dal's doing fine. He's still fighting the good fight. I keep asking myself, is this the life I was fighting for? Was it all worth it? Yeah, sure. And every time these thoughts come back to haunt me, I close my eyes. And I see this place. My own world inside me that keeps reminding me who I am. A survivor. A powerful, unstoppable being. Nice. Oh, and the wind is raining out. It is raining out. Passing them to the end of the game, now. Do you open my eyes? And the other side of the game, now. Can't open my eyes? Yeah. All right. All right, let's get started. Let's get started. Oh, get started. To get started. Oh, get started. Und du gibst mir das, was ich will, gib mir nichts, jingling in der Puppeins, der Liebe, von Bösen, Becken, Elf, von Good to Hostet, und du gibst mir ein, was ich will, gib mir nichts, jingling in der Puppein. So won't you come here with me Won't you fool who now Time to go last Everything you've ever wanted is to be on the side of it Why don't you feel it's true Oh my God It's been a good time Send me a postcard From a fire I can't remember The one I won't forget Is your tongue a card last Your hand is specular Will you blow our children Will you cloak us into Danger, 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 danger All the girls in your grave Now will you cover my eyes And I'll see you in the dimly shade Rachel, give me what I want Give me everything Jingling in the depths of peace And I'll see you in the middle Breathe into my mouth Why don't you breathe into my mouth Come on, keep me with a kiss Und das war immerlei Denn wir bis zu sind Wir sind jetzt bei einem weiteren Griff Und bis zu den Ich bin schon noch weiter